Wascht super! Wartezeit 5 Minuten, mehr waren wir auch nicht drin. Beste Attraktion für bestes Wetter. Was war das denn? Füße werden selten nass, sagte mir jemand. Oh, herrlich. Oh oh, oh oh, was ist das denn? Aua, jetzt kommt Schleudergang. Alter, da habe ich so irgendeine Erinnerung. Jetzt gibt es was Tolles. Das war ja sehr enttäuschend. Ah, okay. Jetzt kriegen wir ein bisschen Abkühlung. Dafür sitze ich hier nämlich drin. Alter, oh oh, oh oh, okay. Oh, irgendwie Hilfe. Den Tunnel habe ich gar nicht mehr. So. Im Kopfgar. Mit Wassernebel. Alter, ich wollte sagen, das war es jetzt. Nö. Daneben. Das war mehr Schein als sein. So, letzte Kurve und dann sind wir fertig. Wascht super, Freunde? Sind wir mal gar nicht mal so nass geworden. Schade. Bis zum nächsten Mal.